Und ihr habt ja schon vor einiger Zeit für Erwanderer entschieden. Was waren die Gründe dafür? Ja, wir hatten uns auch schon an der On-Premise-Zeit für das Thema Monitoring interessiert und da eine Monitoring-Lösung gesucht, die uns das Leben einfacher macht. Also wir oder ich speziell auch, kommen aus dem Gedanken her, Frau Denken, das einfach heißt, dass ich Arbeit, die ich manuell machen muss, auch automatisieren kann. Und dahin habe ich eine Monitoring-Lösung und Automatisationslösung gesucht und bin dann auf Xandria gestoßen und habe mir das dann angeschaut und fand die Features, die damals schon geboten wurden, passend für unser Unternehmen. Ja, das gefällt mir der Faulheit, weil ihr seid ja nicht wirklich faul. Ihr lasst nur gerne etwas anderes für euch arbeiten, richtig? Genau, genau. Also wir sind halt dabei, Parameter-Sets zu erstellen, Kundenindividuelle, die eigene Überwachung haben wollen, eigene Parameter überwacht haben wollen. Und das machen wir ja nicht manuell. Während du weißt, ich mache seit 20 Jahren SAP-Basis, ich komme noch aus dieser Ecke mit Screenshots von einzelnen Transaktionen machen und die dann einem Kunden zur Verfügung stellen, dass der jeden Tag sehen konnte, ja, SC22 ist kein Eintrag drin. Und das ging mir damals schon tierisch auf den Nerven und habe dann auch was gesucht, was uns die Möglichkeit gibt, nicht nur ein Monitoring zu haben, wenn da ein Eintrag ist, sondern dem Kunden jeden Tag ein Report zu schicken, so, die und die Transaktionen sind sauber, so und so sieht das aus. Und dass wir bildlich gesprochen die Füße hochlegen können, weil das unsere Monitoring-Lösung kann, das von alleine.